Ich glaube, wir haben die perfekte Wohnung. Einfach perfekt. Sieh mal, Mama, ich komm bis zur Decke. Was ist das? Die klitzekleine Spinne in den Abflussraum. In der Wohnung über uns lässt jemand das Wasser laufen. In der Wohnung über ihn? Da ist seit Jahren niemand mehr. Dann kam der Regen und wurscht die Spinne raus. Dann kam die Sonne und ruckmette den Regen. Hallo? Und die klitzekleine Spinne ging den Abfluss wieder auf. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020